Hallo, was machen Sachen? Ja, wie ihr seht gibt es mal was Neues, mal jetzt kein Tutorial. Ich möchte einfach mal was Neues ausprobieren, ein neues Format starten. Und ich dachte mir erst mal, wie ihr im Titel gesehen habt, es wird ein Q&A. Ich werde einfach mal ein paar Fragen beantworten, die mir so bei Twitch und YouTube gestellt worden sind. Aber erst mal was ganz anderes. Was ist das hier, was ich jetzt eigentlich versuche? Also, Plan für mich, da ich ja ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln möchte im Animieren, habe ich mir gedacht, ich versuche mal so eine Art animiertes Geschichten erzählen, so Animated Storytelling, nennt sich es auch im Englisch. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Dazu habe ich mir jetzt halt erstmal, um es mir einfacher zu machen, einfach ein paar Posen gezeigt, die ihr momentan primär auch sehen werdet. Solche Erzähler-Pose und Erwriter-Poses werde ich dafür halt erstmal primär benutzen. Und zwischendrin werde ich halt verschiedene Bilder oder halt auch Animationen halt einfügen. Ich habe mich dazu entschieden, das so jetzt zu machen und nicht direkt alles komplett zu animieren. Einfach dadurch, dass ich mir erhoffe, dass ich durch diese vielen kleineren Animationen halt besser Erfahrung sammeln kann, ohne mich halt selbst damit zu überfordern, weil Animation ist jetzt nicht so meine Stärke. Und so kleinere Projekte Stück für Stück sind, glaube ich, da erstmal für mich jetzt die bessere Wahl, als mich an einem riesigen Projekt zu versuchen. Ich bin mir auch noch nicht so ganz so sicher, welche Art von Animation ich hier nutzen würde. Ich möchte auch ein bisschen experimentieren, um ehrlich zu sein. Also wird es wahrscheinlich ein bisschen was Frame-to-Frame geben, ein bisschen was Getweentes oder halt auch mal eine 3D-Animation. Mal sehen. Ich habe auch noch nicht so 100% wirklich den Plan, was für Geschichte ich erzählen möchte. So ein bisschen, was mir so passiert ist oder so. Wenn ihr irgendwas bestimmtes hören wollt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Auch generell Feedback wäre ganz toll von euch, wie ihr das findet, auch wie ich mich verbessern kann oder halt was euch gefällt. Alles unten in die Kommentare. Würde ich mir sehr helfen. So, das war's jetzt halt erstmal zu dem geplanten Format. Kommen wir jetzt eigentlich zu dem Q&A, was eigentlich oben im Titel steht. Warnum, zum Beispiel London Trump, ist ja gar nicht mein echter Name. Wer hätte das gedacht? Der Name ist mein Künstlername und unter dem kann man mich halt auf verschiedenen Social-Media-Seiten finden, wie Instagram, Twitch, die Venat und so weiter. Halt auch YouTube. Wie ihr sehen könnt, ja, ist quasi mein Alias, unter dem ich alles teile, woran ich als arbeite. Seien es Bilder, 3D-Geschichten, irgendwas aufs Unreal oder halt die Videos oder Streams. Ja, in der Tat, ich bin weiblich. Einige waren etwas verwundert, als sie das erste Mal mich auf Twitch gesehen haben oder einem Video. Wird anscheinend sehr oft für einen Jungen gehalten. Ich finde das jetzt aber nicht so schlimm. Ich finde es eher lustig. In dem Moment, in dem dieses Video entsteht, bin ich ganz 27 Jahre alt. Und wenn wir schon dabei sind, das gehört ja auch irgendwo dazu, ich habe ja mein Geburtstag und bin also ein Zwilling. Also ein waschechter Mai-Zwilling. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Ja, also im Moment ist es so, dass ich noch Student bin. Ich studiere Games Art an der SRE. Ich bin aber mit meinem Studium fast fertig und warte quasi nur noch, dass mein Abschlussprojekt bewertet wird. Und zusätzlich da mal ja mal ein bisschen Geld brauche, weil sonst fährt sich schlecht irgendwo hin und Miete muss ja auch irgendwo gezahlt werden. Habe ich einen Minijob an der Tankstelle, wo ich halt als Verkaufskraft arbeite. Vor dem Studium habe ich auch tatsächlich noch eine Ausbildung gemacht. Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und das habe ich in einem selbstständigen Zoo-Fachgeschäft gemacht. Tja. Ja, natürlich habe ich noch Pläne nach dem Abschluss. Ich möchte halt nach dem Abschluss auch als Games Artist arbeiten. Genauer, um genauer zu sein, würde ich halt gerne als Modeller. Um noch genauer zu sein, als Environment Artist arbeiten. Da ich halt, ja, mir liegt das Hard Surface ein bisschen mehr wie das Organische. Da würde ich auch gerne auch in diese Richtung weitermachen. Ich hoffe, da finde ich halt demnächst eine Stelle, sobald ich meine Note habe. Ja, das sind jetzt ein paar Programme. Fangen wir erstmal mit dem Zeichnen an. Dann nutze ich ganze zwei Programme. Einmal Paint Tool Side 2 für die Outlines. Ich liebe einfach diese Vektorlinien, die sie haben. Und dann fürs Ausmalen, Schattieren und so weiter nutze ich Photoshop. Und Photoshop nutze ich auch, um Edits zu erstellen. Mache ich momentan nicht so oft, aber habe ich auch früher gern mal getan. Habe einfach irgendwelche Bilder bearbeitet. Für meine Arbeit als Game Artist kommen halt wieder ein paar mehr Programme. Zum einen nutze ich aktuell fürs Modellieren Blender. Normalerweise bin ich Maya oder Max gewohnt, aber ich habe momentan halt leider keine Lizenzen mehr für diese Programme. Und Blender ist ja kostenlos. Für Textur nutze ich die Substance Programme. Das sind verschiedene Programme, je nachdem, was ich mache. Wenn ich halt für ein Modell eine bestimmte, unique Textur brauche oder halt auch, um Sachen zu baken, nutze ich Substance Painter und Texturen, die halt modular genutzt werden und halt dementsprechend seamless sein sollen und halt auf mehrere Modelle. Daher modular genutzt werden, nutze ich dann halt entweder Substance Design oder Substance Alchemist. Und um das alles dann zusammenzusetzen, nutze ich gerne die Annual Engine als Game Engine. Ich kann auch Unity bedienen, aber da habe ich halt wesentlich weniger Erfahrung, da ich halt einfach Annual Engine lieber nutze. Ist halt persönliche Präferenz. Wenn du damit einen Auftrag meinst, ja, ich nehme Aufträge an. Ich habe auf YouTube und auf Twitch meine Homepage unten verlinkt. Und dort kannst du dir einfach alles nachlesen, was ich generell anbiete, wie meine Regeln sind, wie viel was kostet. Das kannst du dort alles in Ruhe nachlesen. Und dann direkt auf der Seite mir eine E-Mail schreiben. Da ist ein kleines Feld, das kannst du ausfüllen, was du möchtest. Und ich werde dir dann darauf antworten und eventuell noch ein paar offene Fragen klären. Ansonsten zeige ich ab und zu auch mal auf Twitch und nehme dort kleinere Aufträge an, wie jetzt Emotes zum Beispiel oder halt, äh, simple Sachen. Ist aber kein festes Versprechen. Ich weiß zwar nicht, warum das eine wichtige Frage ist, aber sie wurde mir halt so oft gestellt, die letzte Zeit. Also scheint sie ja für den einen oder anderen wichtig zu sein. Also nein, ich habe keinen Partner. Und für alle aufgepasst, ich will auch keinen Partner. Okay, das gehört jetzt auch irgendwie zum vorigen Thema dazu. Also ich bin Ace, also asexuell. Macht daraus, was ihr wollt. Die Information scheint ja für den einen oder anderen wichtig zu sein. Ja, ich habe auch hier und zwar so einige. Wir haben einmal einen Hund und eine Katze, die mit uns im Haus holen. Sowie eine Wassergarme und zwei Werberskinke. Draußen im Garten haben wir dann halt, ähm, noch mehr. Da sitzen zu einem Meerschweinchen in einem winterfesten Gehege. Sowie verschiedene Vögel, die halt auch ihre eigene Winterfestivoliere haben mit innen und außen Bereich. Zu den Vogelarten, die wir dort haben, sind einmal Nymphensittiche, Wellensittiche und Agaponiden. Agaponiden werden auch Unzertrennliche genannt. Vielleicht kennt ihr ein oder andere unter dem Namen. Sowie in einem weiten Raum sind auch noch ein paar Schlangen. Dazu zählen zwei große Kornnattern, zwei kleine Kornnattern, ein Königsbluton und zwei Bohrkonstriktor. Schwere Frage. Bei all den tollen Tieren kann man sich ja kaum entscheiden. Aber ich würde sagen Raben. Ich finde die Tiere einfach sehr interessant, auch gerade von der Mythologie her. Und ich habe mir nicht umsonst einen Raben auf die Schulter tätowieren lassen. Auch schon wieder so eine schwierige Frage, was aber viel zu viele gute Spiele gibt. Ja, ich würde sagen Bioshock ist so mein Lieblingsspiel. Gerade der zweite Teil, den habe ich ja echt in mein Herz geschlossen. Wenn es rein um Spielstunden gehen, würde ich tatsächlich auf Pokémon gehen. Das ist auch die meisten Spielstunde, die ich je hatte, wo ich sie weiß, ist bei Pokémon Alpha Saphir. Aber generell in die Reihe sind Stunden, Tage, wenn nicht sogar Jahre, versunken. Kornnattern sind ja schon cool, aber ich habe mich von Anfang an immer für die tolle Knolle wie Sesam entschieden. Von Anfang an hat mir der Pflanzenstarter eigentlich immer am besten gefallen. Und ich habe auch das immer durchgezogen und habe auch wirklich in jedem Spiel als erstes immer den Pflanzenstarter genommen. Ja, mein Lieblings-Pokémon-Typ ist halt gar nicht so weit ab vom Schuss von meinem Starter-Pokémon-Typ. Den Typisch, den ich am liebsten und am meisten tatsächlich nutze, ist der Gift-Typ. Und ja, trifft sich ja gut, dieser Sahnespflanze-Gift. Ich glaube, da habe ich meine Passion einfach gefunden. Ich mag halt einfach Dodge haben und so fiese Sachen. Ja, weiter geht's zum Lieblings-Pokémon. Dann haben wir glaube ich erstmal alles durch. Ich würde sagen, mein absolutes Lieblings-Pokémon ist halt schwierig zu sagen. Ich würde wirklich tendieren zu Nidoking. Ganz, ganz knapp danach kommt aber Akkani. Ich finde auch klasse. Ich packe in diesem Punkt einfach mal Edition und Generation einfach mal zusammen. Die sind ja so ein bisschen coexistent. Die gehören ja einfach zusammen. Und das macht das halt für mich jetzt erstmal ein bisschen einfacher. Also meine Lieblings-Edition beziehungsweise Generation ist halt die Edition Saphir und Smaragd. Beziehungsweise halt tatsächlich die dritte Generation. Da habe ich einfach die meiste Nostalgie mit. Die Spiele habe ich am meisten gespielt. Und gerade dann halt auch das Alpha Saphir, was ich mir geholt habe, habe wirklich diese Nostalgie wieder zurückgeholt. Das ist auch glaube ich das Spiel, wo ich halt die meisten Stunden angesammelt habe, wo ich halt einfach weiß, wie viele Stunden ich gespielt habe. So, jetzt haben wir einige Fragen geklärt. Ich habe jetzt einfach die Fragen genommen, die halt öfters vorgekommen sind. Ich hoffe, die Audio ist halbwegs okay. Bei uns fahren momentan so viele Autos hier nun her und ich habe keine Lust, das alles vor mich her zu schieben. Ich werde versuchen, so gut wie alles rauszuschneiden. Das ist jetzt im Video als einfacher wie auf Twitch. Apropos Twitch. Das war ja mal eine super Überleitung. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Da bin ich am Zeichnen, Modellieren oder auch mal am Spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lass doch mal ein Like und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre echt super lieb von euch. Und man sieht sich im nächsten Video.